Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Mit diesen Worten wurde Angela Merkel am 22. November 2005 als erste Frau im wichtigsten deutschen Amt als Bundeskanzlerin vereidigt. Doch wer kann überhaupt Bundeskanzler werden? Welche Aufgaben kommen auf den Gewählten zu? Und wie kann ein Bundeskanzler wieder entmachtet werden? Darum geht's jetzt in diesem Video. Für gewöhnlich findet die Wahl des Bundeskanzlers alle vier Jahre statt. Jede Bundestagswahl verändert die Mehrheitsverhältnisse im Parlament, sodass die gewählten Abgeordneten neu in den Fraktionen zusammenkommen und untereinander Koalitionsgespräche führen. Bei erfolgreichen Verhandlungen bilden die Fraktionen eine Regierungskoalition. Im Allgemeinen schlägt der Bundespräsident anschließend den Kanzlerkandidaten der größten an der Regierung beteiligten Fraktionen dem Bundestag vor. Der Bundespräsident ist dabei in seinem Vorschlag zwar rechtlich frei, politisch jedoch an die Regierungskoalition gebunden. Theoretisch könnte aber jeder über 18-jährige Deutsche, dem noch nie gerichtlich sein Wahlrecht entzogen wurde, als Bundeskanzler vorgeschlagen werden. Nicht einmal ein Bundestagsmandat ist nötig. Der Bundeskanzler muss im Bundestag mit der sogenannten Kanzlermehrheit gewählt werden. Das bedeutet, dass die Mehrheit der Stimmen aller Abgeordneten des Bundestages erforderlich ist. Während bei Gesetzesbeschlüssen nur die Mehrheit der abgegebenen Stimmen benötigt wird und Enthaltungen nicht mitgezählt werden, muss der Kanzler von über 50 Prozent aller Mitglieder des Bundestages gewählt werden. Der Bundeskanzler ist der Chef der Bundesregierung und darf während seiner Amtszeit keinen weiteren Beruf ausüben oder ein Unternehmen leiten. Auch wenn er offiziell hinter dem Bundespräsidenten und dem Präsidenten des Bundestags nur als dritter Mann im Staat gilt, ist der Posten des Bundeskanzlers das machtvollste Amt in Deutschland. Als leitender Verantwortlicher des obersten Organs der Exekutive kommen dem Bundeskanzler einige Machtbefugnisse, aber auch zahlreiche Aufgaben und sehr viel Verantwortung zu. Für diese Aufgaben gibt es Fachressorts. Diese werden vom Bundespräsidenten auf Wunsch des Bundeskanzlers mit Fachministern besetzt, welche die einzelnen Ressorts, besser bekannt als Ministerien, leiten. Das Verhältnis des Bundeskanzlers zu seinen Ministern und der Minister untereinander bestimmt sich nach drei Prinzipien. Gemäß dem Kanzlerprinzip bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. Dieser Grundsatz wird auch als Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers bezeichnet und leitet sich daraus ab, dass die Fachminister ihre demokratische Legitimation lediglich mittelbar durch den Bundeskanzler vom Parlament erhalten, aber nicht selbst gewählt werden. Dennoch leitet innerhalb der Richtlinie jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbstständig und unter eigener Verantwortung. Das besagt das Ressortprinzip. Dieser Grundsatz sichert den Ministern einen eigenen Handlungsspielraum innerhalb ihres Fachbereiches. Dem Bundeskanzler ist es untersagt, ohne weiteres in einzelne Sachentscheidungen innerhalb eines Ministeriums einzugreifen. Der dritte Grundsatz ist das Kollegialprinzip. Es besagt, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundesministern die Bundesregierung entscheidet. Kommt es also zum Konflikt zwischen zwei Ressorts, so entscheidet das gesamte Kabinett gemeinsam. Hier kann es auch vorkommen, dass sich der Bundeskanzler letztlich seinem Kabinett beugen muss, weil er mit seiner Ansicht fast alleine dasteht. Jedoch hat auch im gesamten Kabinett die Stimme des Bundeskanzlers das mit Abstand meiste Gewicht, da er die Minister abberufen und ersetzen lassen kann. Dies kommt zwar recht selten vor, ist aber ein machtvolles Mittel, das eigene Kabinett auf Linie zu bringen. Neben den Fachministern, die der Bundeskanzler vom Präsidenten ernennen lässt, beruft sich der Bundeskanzler einen Stellvertreter, den sogenannten Vizekanzler. Üblicherweise handelt es sich dabei um den wichtigsten Politiker des Koalitionspartners. Häufig ist es der Außenminister. Der Stellvertreter vertritt den Bundeskanzler jedoch nur in dessen Funktion, nicht aber dessen Amt. Das bedeutet, der Vizekanzler leitet beispielsweise Kabinettssitzungen, während der Bundeskanzler auf Reisen ist. Er wird jedoch nicht automatisch zum neuen Bundeskanzler, wenn der Amtierende gänzlich arbeitsunfähig werden sollte. Dann muss der Bundestag, wieder auf Vorschlag des Bundespräsidenten, schnellstmöglich einen neuen Bundeskanzler wählen. Ein solcher Fall ist bisher jedoch noch nie eingetreten. Üblicherweise verliert ein Bundeskanzler seinen Posten, wenn nach einer Bundestagswahl eine andere Partei die meisten Stimmen erhält. Dann wird am Ende der Koalitionsverhandlung der Kanzlerkandidat der neuen stärksten Kraft im Bundestag der neue Bundeskanzler. Es gibt jedoch auch einen anderen Weg, wie ein Bundeskanzler seinen Posten verlieren kann. Das konstruktive Misstrauensvotum. Der Bundeskanzler kann abgewählt werden, wenn sich die Mehrheit der Bundestagsabgeordneten auf einen Kandidaten einigen und diesen mit Kanzlermehrheit zum neuen Bundeskanzler wählen kann. Durch diese konstruktive Voraussetzung wird verhindert, dass mit der Regierung Unzufriedene den Kanzler entmachten, ohne einen Plan für die Zukunft zu haben. Die Regierungsfähigkeit des Landes und die Stellung des Bundeskanzlers werden durch diese Regelung gestärkt. In der Geschichte der Bundesrepublik kam es bisher zweimal zu einem solchen konstruktiven Misstrauensvotum. 1972 scheiterte die CDU-CSU mit dem Versuch, Bundeskanzler Willy Brandt durch Rainer Barzel zu ersetzen. 1982 gelang es CDU-CSU gemeinsam mit der FDP hingegen, Helmut Schmidt zu entmachten und Helmut Kohl zum neuen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu wählen. Das Äquivalent zum konstruktiven Misstrauensvotum auf Seiten des Bundeskanzlers ist die Vertrauensfrage. Ist sich ein Bundeskanzler unsicher, ob er die Mehrheit des Parlaments noch hinter sich hat, so kann er das Plenum dazu auffordern, ihm das Vertrauen auszusprechen. Er kann diese Vertrauensfrage auch an eine Sachentscheidung des Parlaments knüpfen, beispielsweise wenn es ein Gesetz gibt, das der Bundeskanzler unbedingt beschlossen sehen will. Verwehrt die Mehrheit des Bundestags dem Bundeskanzler das Vertrauen, so kann er, muss er aber nicht, binnen 21 Tagen den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. In der Historie der Bundesrepublik wurde zweimal eine echte Vertrauensfrage gestellt, die amtierenden Kanzler wollten also wirklich das Vertrauen des Parlaments bestätigt haben. Schmidt 1982 und Schröder 2001. Dreimal stellten Kanzler jedoch die Vertrauensfrage mit dem Ziel, den Bundestag auflösen zu lassen, um Neuwahlen einzuleiten, was auch gelang. Brand 1972, Kohl 1982 und Schröder 2005. Nochmal das Wichtigste in Kürze. Um Kanzler zu werden, wird eine sogenannte Kanzlermehrheit benötigt. Das heißt, der Kandidat muss von über 50 Prozent aller Mitglieder des Bundestages gewählt werden. Offiziell ist der Kanzler nur dritter Mann im Staat, übt aber als Chef der Bundesregierung das machtvollste Amt in Deutschland aus. Der Kanzler besetzt sein Kabinett mit Fachministern und leitet die Politik durch seine Richtlinienkompetenz. Abgewählt werden kann ein Kanzler durch ein konstruktives Misstrauensvotum durch den Bundestag. Zudem kann er selbst dem Parlament die Vertrauensfrage stellen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.